Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu tell me why Kapitel 3 ich weiß jetzt nicht was wir da jetzt hätten machen können hier kommen wir nicht rein in seinem Büro anscheinend ich weiß nicht können wir da irgendwas machen da musst du annehmen irgendwas reagieren nee ne können wir nicht okay vor allem ist gerade was ist das sie steckt sein verein Pfefferspray, oder was ist das, oder Öl? Oh, was ist das denn da? Hi, Cousa. Ich habe dir von einem Monat mein Boot gegeben und soweit ich weiß, hast du bis jetzt lediglich getestet, wie viel Bier raufpasst. Ich habe dich aus Gefälligkeit im Voraus bezahlt, weil ich weiß, dass du es gebrauchen kannst, aber ich brauche verdammt nochmal mein Boot. Familie ist Familie, aber mach es bis zum Wochenende fertig, sonst melde ich es als gestohlen und ich weiß, dass du es satt hast, dass Brown dir andauernd das Leben schwer macht. PSG an, dein gottverdammtes Telefon. Hihi. Da verschieben wir mal ein bisschen was. Amtsgericht Alaska. Bank. Und... Wahlzettel, alles klar. Ach, das ist Öl oder so. Oder was ist das denn? Oder was ist das denn? Oder was ist das denn? Oh. Thanks, Princess, but that ain't it. It's a... It's a red can. Eine rote Dose. Rote Dose, rote Dose. Hab ich gerade gesehen. Und die rote Dose ist da oben. Jetzt kann ich die ihm nicht geben. Der kam gut raus. Das es nicht ist. Ich bin sorry, Allie. Aber der Mann, die du bist für... Er ist mir. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it, then. Hey, you got no right coming in here, getting angry at me for something I got nothing to do with. But you two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? I may be a deadbeat, but I'm no coward. But you must know something. I truly don't. Your mama, she never... Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Marianne would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of this. I'm so tired of trying to unravel all of Marianne's fucking secrets. I don't... I don't understand her. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Hmm. Come with me. I want to show you something. Ah, das Büro. Okay. Jetzt konnten wir ihn die rote Dose gar nicht geben. Das richtet mich jetzt ein bisschen auf. Come in. Oh. When was the last time you cracked a window? He told the friends. Oh. Come over here. Sit with me. Must erst mal Luft reinlassen hier. Much better. Ja. Find ich auch. Where all did you travel to? Mostly worked the Southeast Asia route. Vietnam, Cambodia, around those parts. Wow. I had no idea you were so worldly. Well, I, uh... I worked on a cargo, so I didn't get much shore leave. But, you know, there's really nowhere my legs feel as steady as on the deck of a ship, staring her toward a deep blue horizon. Uh, what'd you do on board? What'd you do on board? Oh, I worked the deck. Started out doing maintenance. Collecting the garbage, cleaning the hull, ranked up to navigation after a while. Right. Hence the sextant. Looking sharp, first mate Kansky. Uh, what's that now? These pictures. Oh, well, yeah, that, that was, uh, a long time ago. Die, 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 die. Erstmal alles anschnübbeln hier. Mhm. Hm. Warum hat er die Seite denn auf? Heldenhafter Bootskapitän rettet Besatzungsmitglieder. Sie schnüffelt einfach überall rum. Sag doch, er ist der Bär! Die Münze sieht cool aus. Lachsauflauf. Den lese ich jetzt aber nicht vor. Speiseplan Was ist all das? Hier. Ich habe ein paar Dinge gehalten. Lachen. Lachen. Ich erinnere mich. Wir haben das auf unserer Reise zu Juno bekommen. Sie hat sich für ein ganzes Jahr gebraucht, um das zu passieren. Wasserfällen wandern, um zu sehen, ob der Gletscher noch so aussieht wie auf der anderen Seite der Karte. Hoffen wir es mal. Ich wünsche dir einen frohen Fang, Mary Ann. Manche Leute haben einfach so ein Talent dafür. Lieber Sam, die meisten Bären leben nur 20 bis 25 Jahre lang. Also herzlichen Glückwunsch zu dem 29. Lebensjahr. Ohne dich hätte ich hier mit Sicherheit nicht so lange überlebt. Also danke für alles. Laura hat wirklich Glück mit dir. Warte mal. Laura? Ist Laura seine Frau gewesen? Weil Tessa meinte ja, dass Mary Ann gerne was mit verheirateten Männern gehabt hat. Vor allen Dingen mit Sam. Sam war verheiratet, vielleicht mit Laura. Aber das Boot, was unten steht, heißt auch Laura. Und ist das Boot von seinem Cousin. Hat seine Frau sich von Sam scheiden lassen und ist dann zu seinem Cousin gegangen? Ich meine, dass das zwei verschiedene Lauras sind, ist ja ziemlich, ne? Ähm, ich weiß, du denkst, äh, dass der beste Teil deiner Vergangenheit ausradiert wurde. Aber solange du es nicht vergisst, wird die Anja-Chuck-Rose für immer seetüchtig bleiben. In der Erinnerung könnte sie nur etwas kleiner wirken. Ich hoffe, du hast dieses Wochenende etwas Zeit, um mit Richie aufs Wasser zu fahren, um alles zu fangen, was du verdienst. Einschließlich neue Erinnerungen. Alles Gute, mein geschätzter Freund Mary Ann. Ja, die waren wirklich nur Freunde. Schöne Handschrift. Schöne Handschrift. Sie sieht... Sie sieht... ...häppig. Hm. Sie war. Wenn war das? Warum hast du einen Schöne-Hat gebetet? Oh, ja, das war das, wenn ich endlich getroffen habe, meine Kaptein. Mary Ann ist derjenige, der mich zu bekommen. Ich hatte mir diesen Schöne-Hat gebetet, als ich nachdem, um die Oath zu nehmen. Ja, Laura hat diesen Schöne-Hat gebetet. Ja, Laura hat diesen Schöne-Hat gebetet. Das Schöne-Hat gebetet hat. Das Schöne-Hat gebetet hat. Das Schöne-Hat gebetet hat. Ich wollte gerade eine Mücke stechen, das glaube ich aber nicht am Hals. Das Schöne-Hat gebetet hat. Das Schöne-Hat gebetet hat. Das Schöne-Hat gebetet hat. Das Schöne-Hat gebetet hat. Ich schluss das. Nein! Ich bin zuh, dass du in der Stadt-Hat gebetet hast. Gott, das zusammen! Du kamen hier, um meine Hilfe zu holen. Und jetzt, du wirst du da und mich schützt? Alles war gut, bis du zwei kamen, zuhörst du Dinge, die sich nicht zuhörst. Mhm. Mit Vergnügen. Sie hat aber recht. Gut, dass sie das Bild noch mitgenommen hat. Kommen wir jetzt zu Michael und Tyler. Ich will, dass das da knistert. Oh... Oh... Da holen die 30 um. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Perfekt. Hey Tyler, I've been looking all over the place for you, are you alright? Yeah, I'm fine. Whoa, whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. Listen. If you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. You saw Allison? How is she? Yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it. And you look like hell. So. I just got a lot of my mind. Well, I know one thing that's good for that. As a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Oh, nee. Nicht fischen. Hmm. Was that wise man you? Hey, like I said, I gotta write my own legacy. So, you in? I don't know. Come on. We're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah. It got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious. I am a very serious man, Tyler. Let's go. We still have to get everything out of the car. Boah, ich find, es gibt nichts langweiligeres als Angeln. Und Golf. Golf ist auch noch sowas. Stage is set. It's showtime. Whenever you're ready. You sure you don't want to go? Nah. Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. Alright. Ist irgendwas vorbeigeflogen gerade? Toll. Ist irgendwas vorbeigeflogen gerade? Yes, ist es. Got everything you need, by the way? Yeah, I'm good. Man. I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out. And fishing, and... You know, I'm not gonna have a lot of time after we move to Juno with school and the JC and everything. Right. Right. So, did any of the people you came up with at Fireweed land in Juno? Oh, uh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? People came and went a lot. And besides, everyone moves on eventually, right? Not everyone. Not people who get so close, they're like family. I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Oh, uh, hey, I think I've got a bite. You got this. Reel them in. So, what should I do here, or what? What should I do? Oh, a jude, no. Now give it a nice pole. Yeah, I'm not a master in here, there, eh. Oh, it was clear. Jump on the rod. I got it. I got it. Slippery little. Got it. Bravo. First of many. Pace yourself. It's a marathon, not a sprint. Thanks, Sensei. Oh, hey, did you want to make solid plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Yeah, sure. Sweet. I was planning to go Saturday. I'll pick you up on the way out. Cool. I'll set my alarm to... Asscrack of dawn. You got anything good in there? Maybe. But who says I'm willing to share? Okay, fine. Be that way. You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez. You don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. Alright, here we go. There's already one. Yeah, so... Oh, I'm here. Okay. Okay. How about them, Apples? Oh, nice job. so you weren't all talk impressed i only see two fish in my cooler for now so about last night i don't know what allison said but from my side well i thought we were on the same page but it turns out we weren't hey so don't tell her i told you but last week your sister was almost unbearable she was jumping up and down with excitement at you coming back really you better believe it look the last time you saw each other you were kids just because things have changed doesn't mean you can't work it out i know it's probably my fault i really pushed her last night i just don't get why she always has to run away from everything can you blame her avoiding the problem doesn't make it go away she's so fixated on selling the house it's like she's trying to bury the past all of it even the good parts look i'm not picking sides here okay but she's been murder house girl ever since it happened now she's got a chance to put it behind her and start fresh and shit i'd be pretty eager too yeah well i was the kid who killed his mom and i still found a way to confront my shit i mean i'm here doing the work even though every second i've got to fight the urge to run straight back to fireweed you mean yeah when i first got there all i could think about was getting out it felt like a cage but after a while it started to feel more like a shell i figured out who i was in there but now i've got to work out how to be that person out here well if it makes you feel any better none of us really know what we're doing like shit may look bleak now but your sister's never gonna give up on you and you can lean on me too if you want just be careful okay got a bad left shoulder i'll keep it in mind thanks for listening don't mention it so what are you gonna make with what we catch hey you got me figured out slice of fresh fish topped with garlic pesto walnuts just a drop of olive oil pure perfection as my partner in crime you're entitled to a cup works for me partner don't you say anything i no ah was ist das denn jetzt hier hallo geräusch von anstrengung three out of three well played i got nothing that was clean huh i'm a little disappointed can i ask you something kinda weird and maybe hard to answer weird and kinda hard to answer in my jam what's up how'd you know you were ready to uh to uh trust anyone enough to put yourself out there okay yeah that that is a hard question told you there's not really two ways about it you gotta be willing to take a hit look i stopped listening to the entire indie folk genre just because i was dumped at a show once but i put myself back out there just like everyone who's ever gotten their hearts stomped on because when you meet someone who really sees you you don't have to pretend anymore will you still with me risk and you're still interested in being that someone even after all the shit that's happened hey i've got baggage too i think it's worth the chance don't you we're we're completely one i think we're in total agreement here yeah yeah i get this feeling like i could say or do anything with you and it'd be cool i feel safe you are because your sister would kill me if i did you dirty yeah she would so doesn't look like you're catching anything with that you want me to show you how it's done go for it ich dachte da kommt jetzt ein küsschen ach moi hey you're missing the show you're okay you're okay Das ist so schön, ich muss... Da kommen mir die Tränschen. Toll, schön. Und sie sitzt die ganze Zeit da vor dem Haus. Ich stelle mir... Wie witzig. Und sie wartet und wartet und wartet. Es stellt sich bei mir jetzt aber eine Frage. Wirklich. Und das hat nichts damit zu tun, ich mache mich darüber nicht lustig, sondern ich weiß es wirklich nicht und es interessiert mich. Tyler war früher ein Mädchen. Hat jetzt den Körper eines Mannes. Transgender, ne? Jetzt ist aber die Frage, wenn er jetzt aber mit einem Mann zusammen ist, ist er dann schwul anhand des Körpers? Wird das gemessen? Oder ist er hetero anhand dessen, was er vorher war? Das ist ein bisschen... Mich verwirrt das. Also, das hat jetzt das damit zu tun. Ich würde es gerne wissen, wie es ist. Es interessiert mich einfach, ne? Es ist so... Oder hat das... Oder, ne? Und wenn es jetzt mit einem Mädchen wäre, wäre es dann lesbisch oder wäre es dann auch hetero anhand des... Ich weiß nicht, es interessiert mich. Es ist eine Sache, vielleicht sollte ich mal darüber was lesen. Ach mein Gott, verzeiht euch doch, ey. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We're done anyway. Ich muss jetzt aber auch wirklich, ich habe gerade gesehen, nachdem ich wieder angefangen habe, ich muss eigentlich Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.